Drei Herren kommen von dahinten, sie hoffen hier ein Kind zu finden. Heha, nimm klar der König, uns reg oben, es ist das Beste, was man mir hoben. Ich schenk der Gold zu deinem Ruhm als Zeichen für dein Königtum. Und ich bring dir Weihrauch, das ist mein Geschenk, der Gotteswürde eingedenk. Nimm an net übel mein Geschenk, und dass ich schon ans Ende denk. So nimm als Zeichen bittrer Not die Mühre für den Kreuzestod. Kommt alle her und habt Vertrauen. Stopp, 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 was hat der gesagt, der da? Wer ich? Ja du, was hast du gesagt, der letzte Satz? Wir bring in bittrer Not die Mühre für den Kreuzestod. Kreuzestod, gell? Ja. Was soll es? Ich lies gleich vor, was da auf dem Zettel steht. Was ist denn etwa Zettel? Ich bringe ein Backel und da steht auf dem Zettel der Text und den soll ich vorlesen. Weißt du, das gehört mir? Ja, wenn du ein Backel bestellst, der bringt dir das. Ich hab kein Backel bestellt, ich wohn ja nicht einmal da. Das ist mir wurscht, aber ich bring eine Unterschrift. Aber jetzt krieg ich ein Schleuchte. Wieso? Kannst gleich gehen wieder. Aber eine Unterschrift? Jetzt hoch einmal zu. Du hast mein Kind verflucht. Du gibst mir das für den Kreuzestod von meinem Sohn. Das steht so auf dem Zettel raus. Was soll das heißen, dass mein Kind am Kreuz verrecken soll? Ich bring gleich das Backel vorbei. Das hast du gesagt. Nein. Kommst du aus der Wüste daher? Ja. Mit deinen zwei Kollegen? Ich bring nur das Backel. Was ist denn das? Ich weiß nicht einmal, wie man das angreift. Nimm das. Wie heißt das? Ich hab eine Unterschrift, brauche ich bitte. Wie heißt das? Wie heißt das? Mürre. Du hast Mürre? Nein, ich hab da Mürre. Was ist denn Mürre? Ich kenn euch nicht. Wer ist denn das da überhaupt? Wer? Der noch? Ja, das frag ich mich ab. Ich brauch jetzt nur eine Unterschrift und dann geh sofort wieder. Fertig. Der Stall ist heute angemietet für eine Familienfeier. Ich bin nur da oben, das Backel auszuliefern. Ihr Menschenskinder! Hört die Worte! Du da hinten bist aber ruhig. Du hast gar nichts mit der Sache zu tun. Wir schlafen da in einem Stall ohne dir. Du hast bestellt wieder. Ich bring jetzt nur das Backel und dann will ich wieder gehen. Die heilige Worte des großen Gott. Und jetzt erklärst du mir einmal, wie du ein Kind gekriegt hast, wo ich nicht dabei war? Kommt und folgt eurem Gott! Das ist ja ein Mann! Das ist ja keine Frau oder ein Engel! Das ist doch ein Mann! Könnt ihr mit der Unterschrift so ab? Ihr schleicht euch heute alle zusammen! Ja, das mag ich ja bitte! Und ein paar Kollegen im Chemisch.